Wer hätte das gedacht, es wird wieder zugemacht, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Große Novemberpause und danach werden wir schauen. Da nicht alle, sehe ich schon, gibt's viel zu viele Infektionen, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Politik schreitet ein, so manchem tut's wir vor Grauen. Masken, Quarantäne, Bundesweit am Laufen, die Geschäfte bleiben offen, man kann noch weiter kaufen. In Schulen wird gelüftet und die Kinder müssen hin, als wär uns nix besseres eingefallen. In Chines und Museen kann man erstmal nicht mehr gehen, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Auch für Freizeitparks, da bleibt man draußen stehen, stehen und kann wieder abdrehen. Hey, 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 Ausbreitung exponentiell, das ist ganz schön schnell, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Jetzt sollen Kontaktbeschränkungen helfen, und zwar ganz generell. Auf Weihnachten verzichten müssen wir mitnichten, wenn wir uns an die Regeln halten, an alle Regeln halten. Zum Beispiel Kontakte beschränken, dann werden Infektionsherde sicher erkalten. Jetzt ist es ausgemacht, es wird wieder zugemacht, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Große Novemberpause, und danach werden wir sehen, sehen. Ja, danach werden wir sehen. Ja, danach werden wir sehen. Ja, danach werden wir sehen.